kurven fliegen ist angesagt bei den indizes aktuell sieht es zumindest mal beim dax wenn wir da mal als erstes drauf blicken so aus als ob tatsächlich jetzt diese kurve vollzogen wird und ja in diesem moment mehr oder weniger die nächste korrektur eben dann auch tatsächlich vollzogen wird ob es allerdings wirklich so tief reicht das werden wir natürlich noch sehen noch mal ganz kurz zum warm-up wenn wirklich dieser rücksetzer erfolgt ist es immer gut mal so halbwegs fibonacci im auge zu haben tiefster punkt höchster punkt und ich mache das ganze mal groß hier auf tagesebene das wären dann irgendwie so bereiche 15.500 oder vielleicht 15.300 vielleicht sogar noch runter 15.150 also klassischerweise diese kiste das ist jetzt kein versprechen dass er das jetzt so sowieso nicht und ist jetzt kein versprechen dass er das jetzt macht aber das wäre gar nicht so untypisch dass es früher oder später passiert und wenn der kurs jetzt wirklich so andeutung macht naja wir werden das sehen ist es denn jetzt sicher dass der kurs wenn er denn jetzt so langsam nicht mehr weiter steigt bis da runter fällt wäre es nicht denkbar dass er noch weiter klettert gerade beim dax könnte man unter umständen sogar der auffassung sein moment mal da geht doch noch ein bisschen was wer sagt mir denn dass das was wir hier als rücksetzer hier vorne hatten nicht etwas ist was wir hier jetzt auch bekommen und der kurs nicht anschließend weiter steigt das müssen wir kurz erklären gerne ist es so dass der kurs ja so halbwegs fünfwellig nach oben steigt und wenn ich mir die struktur mal so ganz grob angucke könnte man meinen diese korrektur wenn da noch mal so eine kommt dann wären wir erst in der vierten und dann kommt die fünfte und dann hätten wir sogar hier vorne noch mal etwas was uns später noch mal wieder eine kleine korrektur und anschließend einen aufwärtsarm eben verspricht das kann tatsächlich passieren das ist gar nicht abwegig dass es passiert wollen wir mal dieses szenario spielen ich habe ein feedback bekommen zum thema ja wenn man long ist okay mit stop nachziehen aber wie ist es dann ich will ja die bewegung nicht verpassen na gut leider gehört das verpassen zur börse mit dazu man ist nicht immer überall mit dabei aber es gibt natürlich punkte an denen man vielleicht ein bisschen besser einsteigen kann oder ein bisschen schlechter für die long seite beispielsweise ist aktuell hier im tageschart das ehrlich gesagt kein so ein toller einstieg denn der kurs kommt hier runter wir bräuchten eigentlich diese große korrekturen das ist eigentlich etwas wo ich normalerweise für die ganz grob unterwegs grob motorisch das klingt sehr anmaßend nein aber für diejenigen die sehr grob unterwegs sind und nicht so im feintuning des marktes ist es eigentlich jetzt kein guter zeitpunkt und ja wenn er steigt dann steigt er halt dann steigt er halt ohne ein früher oder später kommt ja der rücksetzer und dann kann man ja wieder einsteigen und wahrscheinlich dann auch wieder auf ähnlichen niveaus wie jetzt ja auch also selbst wenn es weiter klettert ist die chance nach dieser korrektur die ich da jetzt so hinkläre auf ähnlichem niveau wieder einzusteigen relativ groß ja warum dann nicht sofort einsteigen wenn ich dann eh hier einsteige das doofe ist wir sind ja nicht sicher dass das bild passiert wenn er nämlich nicht wackelig also korrektiv runter geht sondern wenn er jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter steigt und dann kommt irgend ganz blödes ereignis und alle sagen wir machen jetzt das dann ist man heilfroh dass man nicht hier eingestiegen ist weil eben die gefahr dass es nach unten noch mal deutlich runter geht vielleicht ab sofort ja es muss ja nicht mal den umweg da könnte man noch sagen ja bis dann habe ich den stopp hinterher gezogen aber wenn ich jetzt hier auf diesem niveau einsteige schon und jetzt fällt er wie ein stein das können wir ja nie ausschließen dann haben wir stoppen mäßig natürlich gelitten weil die stops wir müssen ja diese korrektur einplan hier unten liegen müssen und wer möchte jetzt einsteigen bei aktuell ungefähr 16.000 und sein stopp irgendwo unter 15.000 legen 1000 punkte die meisten wahrscheinlich nicht aber es gibt trotzdem abhilfe für all diejenigen die noch nicht long sind oder eben noch sagen ein bisschen geld hätte ich noch da würde ich ja vielleicht noch gerne rein und ich sehe die chance oder gefahr dass es weiter klettert und ich nicht mit dabei bin wie geht man dann um dann bitte nicht den tageschart mehr angucken denn dann wären die stops irgendwo hier unten also für viele hier unten oder die 78er ein bisschen höher müssen wir jetzt nicht genau messen aber ungefähr hier so auf diesem niveau müsste das in etwa sein wer jetzt trotzdem unbedingt rein will und sagt ich habe angst zu verpassen ich bin so ein schisser wenn ich da nicht mit dabei bin dann kriege ich ärger dann müsst ihr eine andere lösung suchen und zwar auf einer kleineren zeitebene und gucken ob ihr dort etwas findet was euch einen initiations einstieg gibt und dann die möglichkeit den stopp gegebenenfalls nachzuziehen wie kann sowas aussehen das sieht ungefähr so aus dass ihr sagt okay wann immer der kurs steil nach oben geht und dann korrektiv nach unten geht habe ich die möglichkeit einzusteigen ich mache euch mal ein beispiel stellt euch vor der kurs macht ein riesen anstieg das ist das was wir hier haben was auch immer ein riesen anstieg ist aber das hier ist also besser kann man hier ein anstieg im moment nicht zeigen das ist zugegeben jetzt im fünf minuten chart ja also das ist nicht dass das nur auf einer bestimmten zeitebene geht ihr könnt es auch in 15 minuten oder im tagschart im fünf minuten im stundenchart das wollte ich sagen was auch immer also in verschiedenen zeitebenen finden wenn ihr solche rücksetzer habt die in irgendeiner form korrektiv sind dass ihr sagt okay der anstieg ist dynamisch der rücksetzer ist aber korrektiv dass ihr dann sagt okay ich gucke dass ich wenn ich einen stopp hier unten drunter mache beispielsweise oder 78 mark es kann man auch enger stoppen aber machen wir mal das die variante dass ich sage okay wenn es denn dann gut geht ist klasse wenn er dann weiter läuft wenn es nicht gut geht fliege ich raus und dann eben zu sagen okay ich gebe dem markt die chance was ist mein risiko mein einstieg ist beispielsweise letzte tief vor letzte tief mein einstieg ist hier da unten setze ich mache es jetzt mal einfach es geht jetzt mehr ums prinzip da unten ist mein stopp unter diesem tief alternative wäre die 78er marke die liegt dann vielleicht da ungefähr auf der höhe da ist mein einstieg das ist mein risiko das hier oder von mir aus auch das etwas weitere bis zu dem tief das ist mein risiko ich gehe aber nicht raus sondern ich sage das ist jetzt hier mein gewählter einstieg und fertig da kann ich mir großartig was passieren wenn der kurs wirklich klettert hervorragend kletterter nicht dann halt nicht aber diese chance möchte ich nutzen wenn wir zumindest mal diese eins zu eins geschichte gesehen haben also das was wir vorne haben als bewegung hinten nochmal das heißt da sind wir jetzt aktuell dann ziehe ich einen stopp auf dem einstieg hinterher und danach gucke ich das ding nie wieder an weil ich sage wenn er jetzt läuft klasse und wenn er nicht läuft ja plus minus null diese möglichkeit habt ihr natürlich immer das ist besser als gar nicht so habt ihr auf ein kleinerer zeitebene eine chance rein zu kommen in dem markt hoffentlich drin zu bleiben und dann das ganze eben zu reiten wenn der kurs das tatsächlich macht jetzt habe ich euch ein positiv beispiel gezeigt jetzt zeige ich euch bewusst auch noch mal negativ beispiel denn die idee die ich gerade angedeutet habe hättet ihr vielleicht in dieser situation auch gehabt was hatten wir wir hatten einen tollen anstieg wir hatten ein abc nach unten manch einer ist auf die idee gekommen hier oder da long zu gehen mit der erwartungshaltung dass das was wir vorne haben hinten nochmal passiert das hat der kurs nicht gemacht wer jetzt also enttäuscht ist und sagt ja das klappt ja gar nicht immer ja das ist wohl richtig das klappt nicht immer aber wir dürfen eins nicht vergessen es geht darum relativ günstig reinzukommen in den markt und wenn der kurs dann läuft dann läuft das kilometerweit möglicherweise hunderte von punkten nach oben nach unten habe ich wie wie 10 20 riskiert das heißt das wird häufiger mal nicht klappen ja das ist dann wohl so aber wenn es klappt verdient ihr eine ganze menge geld weil ja natürlich die laufweite für die idee besonders gut ist also ihr könnt solche sachen auf dem kleinen ebene ebenfalls machen das geht auch auf noch kleinerer ebene wäre nämlich zum beispiel sagt naja da hätten wir doch hier das dann hatten wir hier abc dann müsste doch das was wir hier vorne haben da hinten nochmal kommen und dann seht ihr guck mal die intra der händler hatten da schon wieder eine möglichkeit das geht übrigens in beide richtungen also wenn ihr sagt ich habe hier eine scharfe abwärtsbewegung ich habe hier aber doch eine a b c in die gegenrichtung ich müsste doch mindestens das hier bekommen und kann dann wenn ich hier eingestiegen bin auf den zwischentief sobald ich meine zielmarke erreicht hat ziehe ich den stopp auf den einstieg nach und sagt dann wollen wir noch mal gucken was er noch kann jetzt abwärts kann man drin bleiben und sagen mal sehen wie weit man kann natürlich auch hier irgendwelche trailing stops hinterher ziehen das könnt ihr ja machen dass ihr immer auf irgendwelche zwischenhochs hinterher zieht ihr seht diese methodik die ich euch hier zeige wie könnt ihr auf der zeitebene eurer wahl anlegen ja also wenn ihr intraday ein bisschen was machen wollte ja klar ist doch kein problem wenn ihr sagt na ich möchte übergeordnet ja ist doch kein problem dann müsst ihr halt warten im tageschart warten wir im prinzip auf diesen rücksetzer den haben wir auf tageschart und auf diesen rücksetzer warten wir machen es noch mal groß das haben wir und auf diesen rücksetzer warten wir den haben wir und auf diesen rücksetzer warten wir hier aktuell ja das ist das und wenn ihr nicht warten wollt dann müsst ihr auf eine kleinere ebene gucken zum beispiel stundenchart ob ihr dann so eine situation findet die stark in eine richtung wackelig in der anderen das ist hier zu wenig strukturiert müsste man wahrscheinlich im stunden oder viertelstunden chart gucken und dann ist man schnell auf dieser ebene die wir hier eben haben also ihr seht dieses prinzip ist universell anwendbar und wenn ihr jetzt sagt das klappt aber nicht immer ja herzlich willkommen an der börse viele gehen immer noch davon aus ich bin da jedes mal wieder erschreckt dass sie sagen ich würde gerne verfahren was immer klappt haben ja das kennen die meisten lottospieler die hätten auch eigentlich gerne ein verfahren dass sie jedes mal gewinnen ja die meisten sagen ja einmal würde mir ja reichen nein aber spaß beiseite das gibt es natürlich nicht das ist humbug wenn euch jemand sagt nee nee das muss ja immer klappen dass in allen fällen ist das ja völlig risikolos so funktioniert börse nicht ja ihr hättet keine gewinnchance wenn ihr nicht ein risiko habt also müsst ihr die risiken so taxieren dass es für euch von vorteil ist und da habe ich euch eine methode jetzt eben genannt wem das zu hektisch ist wer sagt aber würdiger intraday gucken finde ich jetzt auch doof ja dann abwarten bis dieser rücksetzer gekommen ist man kann jetzt hier nicht sinnvoll rein es sei denn ihr macht einen weiten stopp das kann man natürlich machen aber ihr dürft eins nicht vergessen wer jetzt hier kauft an der stelle und den stopp sehr weit weg setzt aber wenn er weiter steigt da bin ich wenigstens mit dabei ja aber aufgrund dieser stoppweite mit einer kleinen position das macht doch dann keinen sinn dann habt ihr zwar gewonnen weil der kurs nach oben gegangen ist aber mit einer winzigen position das bringt auch nichts oder er macht eine große position dann habt ihr hier richtig spaß mit der aufwärtsbewegung aber weh fliegt einmal im monat raus oder im jahr oder im quartal in der dekade raus dann habt ihr wahnsinnig viel geld verloren und diese rücksetzer voll passieren und dann werdet ihr teuer ausgestoppt das funktioniert so nicht sinnvoll aus meiner sicht das ist ein punkt den bitte bitte beachtet den chance risiko verhältnis beachten und jetzt hier einfach blind links einsteigen ja aber gibt es dann irgendwelche anzeichen für irgendeine richtung ich finde sie im moment nicht besonders stark ich finde weder die abwärtsseite super überzeugend denn ihr seht das ist schon hier und da das überschneidet sich auch schon wieder das ist kein vernünftiges dynamisches pattern also ich würde jetzt aktuell nicht die short seite aggressiv angehen beim dax also es ist für mich kein short trade hier können wir kurz auf den dax future noch mal gehen für die intraday freunde da ist es aber ebenfalls hier komisch mit überschneidungen er sagt hier war eine pause da war eine pause die das das passt alles noch nicht also ich sehe es noch nicht dass dieser druck in diese kiste da unten in diesem bereich jetzt wirklich da aufnimmt ich sehe allerdings die gefahr dass es nach oben ausläuft und wir meine pause bräuchten also wenn auf der kleinen ebene gucken und da gilt natürlich für alle märkte das gleiche also auch im dow jones ist das prinzip das gleiche wir rechnen ja mit dem rücksetzer zeichnet sich noch null ab also wer long ist bleibt long zieht stop einfach hinterher gibt es keine schwierigkeiten wer jetzt long einsteigen will der suche sich bitte irgendwo einstiegspunkte zum beispiel wenn ihr irgendwo ein commitment habt schub nach oben wackelig runter um dann einzusteigen mindestens erwartet ihr dann die eins zu eins projektion und ich hatte euch eben ein beispiel gezeigt selbst die klappt nicht immer aber es ist gute voraussetzung dieser eins zu eins projektion zu erwarten wenn das die erste welle ist ist die chance dafür sehr hoch sie ist leider nicht hundert prozent aber sie ist verhältnismäßig hoch und ich habe ja relativ gute chance risiko verhältnisse und kann dann stopp nachziehen sobald wir die eins zu eins haben und wenn er weiter läuft klasse und wenn er nicht weiter läuft ja gut dann fliege ich halt bei plus minus null oder je nachdem wie viel ihr noch nachgezogen habt dann entsprechend raus also die variante könnt ihr tun aber was nicht gut funktioniert ist mensch sag mal rüdiger soll ich jetzt noch kaufen mit der aussage könnt ihr eh nix anfangen denn wenn ich sage ja kauf noch mal ja wo stoppt ihr denn das ganze und da sind wir wieder bei der überlegung ja mit was rechnest du willst du sofort wieder raus dann brauchst du einen engen stopp wobei der schon fast zu weit ist aber könnte man machen unter umständen vier stunden chart also der ist relativ eng da würde ich den supertrend eher machen das kann man natürlich machen dass man sagt ja gut gehe ich halt jetzt noch ein egal hauptsache ich bin mit dabei stopp ziehe ich auf die grünen punkte finde ich keinen guten handelsansatz aber wenn ihr wirklich enormen druck habt ich kann euch ja nicht aufhalten da müsst ihr ja wissen ich persönlich möchte immer eine bestätigung haben die irgendwie im marktverhalten ablesen kann dafür gucke ich ja die charts an damit ich sehen kann wie ist das verhalten der anderen marktteilnehmer in welcher seite ist stärke da im großen hat die stärke abgenommen wir sind seit einer woche hier mehr oder weniger seit dem 20. november ist nichts mehr passiert da sind wir beim s&p mehr oder weniger auf einer fläche das ist also noch nicht so sehr überzeugend intraday gibt es immer mal wieder in beide richtungen deutlichen schwung da muss man halt gucken ob man den mitnehmen kann schub hoch wackelig runter noch mal schub hoch schub hoch wackelig runter hier ging es so halbseitig da hätte man wahrscheinlich ein bisschen minus mitgemacht aber man macht ja bei den plus trades mehr plus als bei den minus trades minus normalerweise wegen des chance risiko verhältnisses also insofern wenn ihr sowas habt achtet da mal ein bisschen drauf im großen ich bin da immer noch neutral mit hoffnungsvoller erwartung eines baldigen rücksetzers den ich aber noch nicht sehe dass er schon losgetreten ist also es gibt noch keine echten anzeigen für die short seite ich sehe aber dass die long seite pamper muselig geworden ist so richtig kaufen tun sie auch nicht wenn dann haltet euch an die kleineren zeitebenen und wenn ich mir den heutigen nachmittag angucke das ist bei den anderen auch nicht viel besser guckt euch doch mal das an jawohl geht hoch geht wieder runter geht hoch geht tiefer runter okay geht hoch geht wieder runter geht hoch geht wieder runter alles überschneidend ich mache mal meine meine hässliche zeichnung weg und mache es euch groß alle bewegungen sind überschneidend seht ihr das der ist tiefer als das vorherige hoch der ist tiefer ja auch als das hoch das wir haben die ganze zeit überschneidung notfalls malz mit dem stift oder mit dem fettigen finger auf dem bildschirm einfach nach und dann seht ihr wir haben tausende oder nicht tausend aber zig rücksetzer die alle wieder überschneidend sind das ist kein gute laune kurs von wegen ja geil wir wollen unbedingt haben so sieht das nicht aus hier vorne war ich anderer meinung da hätte er nur wackelig runter gemusst und nicht so tief das hat er leider nicht gemacht aber hier hatten wir schub hoch wackelig runter auch noch mal schub hoch ein bisschen weniger deutlich wackelig aber ging ja dann nicht mehr ewig bisschen unbefriedigend kann ich mir vorstellen aber es ist wie es ist so ist es halt an der börse aktuell ich bin vorsichtig mit neuen einstiegen jetzt auf diesem niveau rücksetzer abwarten ich weiß es tut weh dann vielleicht verpasse ich was the fear of missing out ist eine sehr teure angst die man haben kann in der märkte also die angst etwas zu verpassen gehört zu den teuren luxus gegenständen die man sich als händler leisten kann überlegt euch ob das etwas ist was für euch wichtig ist oder ob ihr sagt naja dann warten wir halt der rücksetzer kommt er kommt sowieso selbst wenn er jetzt nicht kommt wenn er erst noch weiter klettern würde was ja sein kann der rücksetzer wird trotzdem kommt er könnte dann doch immer noch einsteigen oder eben auf diesen kleineren ebnen so jetzt habe ich es genug erklärt euch alles gut liebe grüße viel erfolg für welche entscheidung ihr euch auch immer durchringt liebe grüße ciao ciao